Moin moin Freunde und willkommen zurück zu einem weiteren Partys bei TTT hier bei uns auf dem Konfi-Kanal mit dem Standard 6er Trupp aus den beiden letzten Parts, mit dem Standard 6er Trupp, what the fuck, ja was hier schon TTT-Ansage für mich, mit dem 6er Trupp aus dem letzten Part und ja, willkommen auf Magma. Sag mal schon, was du willst jetzt, ich glaube ich raffa, stand ja. Diesmal sage ich es dir lieber an. Jo. Bevor du mich wieder holzert, wegmachst. Ja. Hallo, du hattest einen Magnetostick, ne, jetzt übertreib nicht, bitte. Nee, ich hatte... Nein, du hattest einen Magnetostick in der Hand. Nee, ich hatte eine Cro... Nee, stimmt, ich kann auch einen Magnetostick hören. Nee, ich glaube Magnetostick, also ich guck, ich hab ja die Aufnahmen, ich kann ja nochmal reingucken. Daniel, Daniel auf der Traitor-Brücke. Ja, oh, sorry, sorry. Ich glaube, ich hab's mit angeschossen, aber... hab auf Daniel mitgeschossen. Der hat nämlich hier oben einen Turret platziert. Da oben? Ja, ich hab hier einen Turret gelegt. Ich hab hier oben einen Turret platziert. Ich hab nämlich das Turret auf mich aktiviert gehört. Okay, das ist fein. Okay, das sieht man aus. Das sieht man aus. Das sieht man aus. Piep 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 piep. Das ist übrigens noch jemand tot, ne? Wer denn? Weiß ich nicht. Oh, ich hab nur noch drei Punkte. Okay. Nee, Zack noch. Das ist mit so viel. Das ist mit so viel. Puh. Was ist ab? Hä? Was ist das? 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 Ich wünschte, ich könnte es besser erklären, warum ich Bernie erschossen habe, aber ich kann es nicht. Ich hab... Daniel! Alter. Nice, Daniel. Woll grad sagen. Mir ist schon klar, dass es jung dann sein muss, wenn Sub nicht mehr nichts schneller sein wird. Ich hab ja mit dem Satz aufgehört zu reden. Keine Rätsel. Ich glaub, Rafa war auf dem richtigen Weg, hat aber 50 mal Sub gerufen. Ja, aber auch später. Björn, ich hab auf dich geschossen, weil für mich war Traitor. Goll, ich sag halt die ganze Zeit Sub, 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 Sub. Sub reagiert nicht und ihr denkt immer noch, dass Sub noch lebt? Nein. Oh! Ähm. Der hat aber das, äh, das äh... Björn? Ja? Mario, äh... Ich steh kurz. Ich steh kurz. Du hast freien Zugang, mich einmal, zweimal an zur Crow-Bahn. Obwohl, ne, hast du nicht. Okay. Do not jump on the rocks. Guck mal her, hier, guck mal her, hier. Ey, Björn, 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 Abstand! An der Brücke hinten, an der Lava-Brücke. Hab ihn. In der Traitor? Okay. Äh, äh, ich sag mal, muss hier kurz was auflegen. Äh, äh, ich sag mal, muss hier kurz was auflegen. So, okay. So, okay. Äh, äh. Für den Hut haben. Für den Hut. Tio, Tio. Na, Bernie. Knappbar. Die Stadt ganz noch schlechter. Ist gestattet. Da vor der Sub. Oder für mich. Hm, hm, hm. Was? Ich oder Sub? Bernie kannst du auch noch sein. Ja, für mich ist es Rafa, das Sub. Das ist schön. Tio. Das ist jetzt die Frage, ne? Ja. Wie kannst du dran? Naja, genau. Rafa? Klingt sehr glaubwürdig. Boah, Michael. Soll das nicht gut sein? Oh, 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 oh. Boom. Hat's irgendwo gemacht. Ja. Ich hab ein bisschen was in die Luft gesprengt. Ich hab mich als kleiner Springmeister betätigt. Rafa wollte bestimmt wen töten. Mhm. Klar. Das macht man das doch auch als Indo, oder nicht? Ja. Das Indo. Anführungszeichen. Na, Daniel? Rafa? Oh, ja, wenn du immer weiter rückwärtsläufst, kann ich auch nicht an dir vorbeilaufen. Ja, ich musste erst mal gucken. Ob da noch jemand hinter mir kommt. Ne, wie du die Situation handelst. Ja, so. Hallo. 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 Sup. Sup unten, da an. Nee. Peter, Peter, er willse ich rum und werden. Ähm. Das wird zu von mir. Schade, nice try. Oh, ich hab mal so... Fick dich, Björn, Alter. Ich hab' ja nie noch mitbitten. Weißt du, ich schieß die Health-Pistole auf dich. Und wie, wie dankst du's mir, indem du mir die Shotgun dreimal ins Gesicht drückst? Also ich hab' gedacht erst geschossen bevor deine Health-Pistole kam. Ja, du hast doch drei Mal angeschossen, du Pisser. Ja, hast du schon den ersten im Gesicht. Ja, genau. Geht doch, ey. Ich hatte ja keine Wahl mehr. Das stimmt. Na, ender Red. Darf dich machen, Junge? Okay, warte, ich geb' dir nen Grund, mich zu machen. Ah ja, willst du mich jetzt machen? Hör auf, ich geb' dir nen Grund. Ciao. Oha, das war'n Anschlag. Das war'n Anschlag, eindeutig. Ich smoke' Connector. Und HE auf Jungle. Hi. Smoke Nummer drei geht auf Underground. Smoke mal Along, bitte. Nee, nee. Doch. Smoke auf Along. Nein, brauche mich nicht. Okay. Smoke die durch. Smoke in dein Face, Alter. Nein, 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 fahr still. Ach Gott. Tschau, Junge. Ja, tschau. Sup? Hi, Junge. Kann ich dich töten? Kann ich dich töten, Björn? Darf ich dich töten? Äh. Töt mich? Töt mich. Töt mich. Töt mich auch nicht. Ja, ich geh noch drauf. Äh, geht mal da weg, Jungs. Gebt mal da weg, Jungs. Gebt mal da weg, Jungs. Ich hätte zwei Leute auf einmal kehren können. Schade. Dass du immer so'n Fass aufmachen musst. Ja, ist echt so, ne? Dass ich immer so'n Fass aufmachen muss, ey. Sup? Wollen wir uns trauen? Trauen wir uns, Sup? Trauen wir uns? Trauen wir uns? Komm, trauen wir uns. Der Junge ist bestimmt Trailer. Komm, wir trauen uns. Ey, Kollege, bitte, bitte nicht die Brücke drücken, okay? Kollege, bitte nicht die Brücke drücken. Bitte. Ich töte jetzt, Sup. Ich wurde ange... Hä? Ich hab'n Schub bekommen. Hä? Au! Ja, wegen der... Wer hat mir ne Hinsel denn in den Kopf geworfen? Ich hab'n Schub bekommen. Ne, ich hab'n Schub bekommen. Hä? Hä? Hier ist'n Bombe hochgegangen, oder? Hier ist'n Bombe hochgegangen. Ja, das ist ne Bombe. Und Bernie und Daniel sagen die ganze Zeit nix. Sie sind doch beide Träger, Alter. Jungen hab' ich die ganze Zeit jetzt in letzter Zeit gesehen. Ja, ich bin grad oder vorbei gelaufen. Ja, ich auch nicht. Bombe spricht auch so hart für Daniel. Ja, ich hab' auch keine gelegt. Ich war grad die ganze Zeit oben. Und Bernie und dann... Bernie? Ja? Bernie und Daniel sagen auch nix. Das ist auch so'n Indikator. Ich sag' nie was. Oh, ja. Ich sag' nie was. Ja, wow. Das macht's nicht besser, Bernie. Ich wollt grad sagen, das ist keine gute Aufrede. Daniel kommt schon so auf mich zu. Kommst so weiter auf mich zu, mach' ich dich. Es gibt kein... Du wolltest da hinten in den Gang und kommst dann auf einmal in den Gang. Das macht keinen Sinn. Alles mit der Ruhe. Kein Stress. Nee, 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 nee. Ich glaub' nämlich, dass wir beide ertappt haben. Gut möglich. Ich beiß' mir ins Knie, wenn's zum Schluss Sub und Jung sind. Nein. Sind's eh. Ja, okay, Daniel. Ich schieße auf Daniel, wenn ich den sehe. Ich hab'n grad gesehen an der Trailer-Brücke, wenn es... Das war die Confirmung für mich. An der Trailer-Brücke, wahr? Also, ich glaub' es ist die... Ich kann sie... Äh, die fette Brücke. Daniel ist gefallen. Daniel schießt! Ja, und... Björn hat auch mit drauf geschossen. Ja, und ich bin auch hier und hätte jetzt Action machen können. Ich hab' Daniel voll auf Schafott gesetzt. Hier, Colin. Na, Bernie. Komm. Ja, Sub oder Bernie, einer von beiden. Da, Bernie! Nein, hier unten. Boah. Oh, ich wollte grad' auch aus deinem Kopf spielen. Ich hab' nichts gemacht in der Runde. Wirklich nichts. Ja, richtig. Du hast auch nichts gesagt. Du warst so ruhig. Ja, ja. Konzentriert als Trailer. Ja, hab ich doch... War ich doch schon immer, ey. Das ist doch nichts Neues. Nee, das ist Traitor-Ding. Da muss man doch mal drauf achten. Ja, ich war das. Das war eh schon ruhig. Also, von dem her. Das ist doch kein Unterschied, ob ich so ruhig bin oder so. Ja, doch. Ihm grad war's ein Unterschied für uns. Ich hab' ich die Bombe genommen, damit der Verdacht nicht auf Dahl fällt. Du hast die Bombe genommen, damit der Verdacht nicht auf Dahl fällt. Das ist natürlich clever hoch 10. Wenn ich das mal so ausdrücken darf. Timmoni? Also, für mich ist, wenn einer die Bombe ist, dann ist sie Daniel. Der ist der erste Ansprechpartner, zu dem ich gehe. Ist der Ansprechpartner? Ja, der erste Ansprechpartner bei Bombe bist du eigentlich du. Hä? Ich hab' ewig keine Bombe geplantet, Alter. Aber recht hat er. Hä? So ein Bullshit. Ach, Daniel labert so ein Blödsinn wieder jetzt. Was denn? Ist unfassbar, Alter, ey. Was denn? Der hat doch recht. Ich steh' mal wieder kurz. Smoke. Weed. Underwater. Everyday. Smoke weed underwater. Boah, lass uns das kaputt machen. Hier bin ich. Versteh ich doch. Oh, 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 oh. Ja, geh, mal, Mario. Oh, sup, Mario. Oh, sup, is sup. Bist du? Ja, sup, is sus. Ja sup, is su. Mario, iss. Ja, sup was? Oh. Sup was, und hier liegt Bernie. okay. Und dann liegt noch einer. Liegt Daniel Verpisst euch, das ist echt jung Verpisst euch, ey Hallo Björn, lebst du noch? Oh, fuck Ja jung, ich weiß sowieso, dass du das bist Du kannst gerne mit mir reden Ich bin das nicht Keiner mehr außer uns Ich finde schon wieder kackfrech, dass Bernie wieder 80 Milliarden Minuten, nachdem der tot war, meinen Namen gecolt hat Also Bernie ist tot und 6 Sekunden später ist es Mario Äh, Zapp hat doch gesagt, mein Junge Nein, Zapp hat das danach gesagt Ja, okay Das davor habe ich nicht gehört, dass Bernie irgendwas gesagt hat Ja, aber da hat dann halt gleich Vincent Daniel, äh, Vincent, äh, der Rest, äh, Björn auf mich geballert, oder wer das war Irgendeiner war, irgendeiner war da noch Nicht mal Ach so Das ist schlecht, hier besser So, wow, was geht denn hier? Ich habe auch Subs Leiche gesucht, ja Ja, die lag im Lavasee Ist natürlich unlucky Schade, wir sind so gut am Ruhen heute und haben einfach die Trailer-Runde gerade nicht gepackt, ey Ärgerlich Wieviel Leben hattest du noch, Rafa? Das war ein Shotgunschutz Ich war, ich hatte 17, ja Fuck, ich war Also ich hatte ungefähr genauso, wahrscheinlich genauso viel, ja, wie du Ungefähr Ungefähr Wolltest du mich gerade töten? Hm Hm Hup Da ist einer gestorben Und Zapp war wohl beteiligt Ich habe auf den Fuß geschossen William vielleicht in der Nähe Äh, heiß da habt Äh, war das Herr Enteran, können sie bitte zur Trailer-Test Zur Trailer-Brücke kommen und ein Defibrillator mitbringen Das wäre äußerst lieb für ihn Ja, dann gehen wir hier weg Ja Achso Das war jetzt interessant Oh, hier piept irgendwas Bombe oder so hinten bei der großen La Das heißt aber für mich, weil ich jetzt weiß, dass Jung Innocent ist und Daniel auch, dass es für mich Björn und Bernie sind Easy going Jungs tot war nicht umsonst Bist du gerade gestorben? Ne, ich dachte schon Wir uns tot war nicht Doch, wir uns zwei Aber Jungs tot war nicht umsonst Bernie ist der andere Oh, hat er vielleicht noch Punkte? Sorry Dann gehen wir mal runter, ne, wenn's dann piept Ah, es ist schon hochgegangen Daniel müsste durch die Explosion gestorben sein Ja, wahrscheinlich Was ist denn der? Was sagt der hinten? Ist der, wenn ihr beide gerade da wart? Oh, Junge 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 Da! Oh, ja. Versuch was hat. Oh, wie kommt das bloß? Oh. Die Brücke ist runtergefallen. Ich weiß aber schon, dass wir irgendwann wieder rauskommen wollen. Fast wie auf der Lego-Map, da war ich genauso überrascht. Tritt! Dass er auf einmal alles losging. Jetzt die Frage, nimmt er die Tür, oder? Ja, hat er. Er ist oben. Hm, ne. Noch? Er ist hier oben beim Traitor-Ding raus. Bei der Brücke. Irgendwann stehen grad vor der Tür, da war er nicht. Ja, der ist da rausgekommen. Hier ist er doch. Nein, nicht da oben. Nein, direkt beim Traitor-Ding ist da rausgekommen. Hä? Der Traitor-Ding ist hier oben. Bei der Brücke, bei der Traitor-Brücke. So, wir wollen keinen Raum-Eingang. Ich war nicht in der Nähe von dem Fass, ich stand auf dem Fass. Nein, ich stand in der Nähe von dem Fass. Ja, aber gefühlt stand ich auf dem Fass. War in der Nähe des Fass. Ich stand gefühlt auf dem Fass. Hätte ich deine Rolle nicht gesehen, hätte ich dich abgeschossen, ey. War in der Nähe des Fass ist, Mama. Wäre ich Traitor gewesen, hätte ich ja auch nicht so unschuldig gespielt. Echt nicht? Das wäre doch voll obvious gewesen. Wir sind doch voll miteinander gelaufen, oder nicht? Ja, aber... keine Ahnung. Wäre ja auch irgendwo auf der anderen Seite doof gewesen, dann den Detektiv herzuholen, damit er sich wiederbelebt, wo du dann weißt, dass ich Traitor bin. Das ist korrekt. Daniel. Mhm. Ah, nein, 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 nein. Gott. Ich hab' den Schwanz aus dem Mund Daniel, wenn du was sagst. Please. Oh Gott, ich wollte grad das Fass abschießen. Da ist einer gedei. Ich will grad das Fass abschießen. Daniel ist grad gestorben. Daniel. Ja. Ich muss das sterben. Warte, es ist gerade in Gang. Okay. Hier ist Daniel. Was hat es, das hat Mio gesagt? Nee, hat er nicht. Doch, hat er. Nein. Bernie? Rafa? Bist du schon wiederhört? Hey Björn, is it sub? Siehste? Er sagt nein. Ist voll creepy, ey. Ich könnte ein cooles Kabinett öffnen. Fuck, Alter, wer ist der zweite, ey? Ich nicht. Ich habe ein cooles Kabinett öffnet, ihr könnt alle herkommen. Aber wenn du wirklich der zweite bist, dann... Ja, ich bin nicht der zweite, ich such den zweiten. Kann ich dir trauen? Kann ich dir trauen? Mir kannst du trauen, ja. Das ist mega creepy. Dann traue ich dir. Ey, ist das dein scheiß Ernst? Verpiss dich! Bernie! Dir kann ich nicht trauen. Oh gut. Jürgen, das sieht ziemlich creepy aus. Ja, das sieht echt creepy aus. Hi Björn. Gruselkapital. Ey, Bernie, komm mal her. Guck mal an, wie creepy das hier aussieht. Echt so, Bernie? Wir müssen das zeigen. Beim Startgang da die Tür rein, wo es oben zum Traitorraum kommt. Das ist echt creepy. Wo ist der Startraum dann die Tür rein? Wir gehen auch weg, wir schwörens. Ja. Wir gehen auch weg. Ich schwöre, ich bin weg. Ja, wir gehen grad weg. Ich bin weg. Wo? Beim Startraum... Ist das dein scheiß Ernst, dass du mich weg machst? Wow. Richtiger Hohlkopf. Kann man dir trauen? Vor allem stellt er mir die Frage in TTT. Kann man dir trauen? Jürgen ist der allerletzte, der mich die Frage stellen wird. Oh, das war schön. Das war eine schöne Runde, Sam. Aber wir sind jetzt auch weggegangen. Wir sind wirklich weggegangen, ja. Wir sind wirklich weggegangen. Ja, das stimmt. Oh, das war schön. Oh, das sind richtig schöne Runden hier heute. Muss man einfach mal so sagen. Ich trau dir jetzt nicht mehr. Wow, die Erkenntnis hast du aber schnell gefunden. Nach 380 Parts. Oh, das war schlimm. Oh, da wird einer zum Schneemann, oder? Oder war das bei mir anziehen? Nee, 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 nee. Jung war's nicht. Ich bin hinter jung. Nee, sag das nur kurz so aus. Danke. Danke, Sub. Und das sind wieder beide. Nein, es leben noch alle. Wer weiß. Wir sind noch durch, ey. Bären nicht irgendein Waffe. Was darfst du Bären nicht hinterher? Der mag dich. Nö. Boah, ne. Eiskalt. Hi. Na, Junge. Kann ich dir trauen? Ja, kannst du. Wen soll ich machen? Ähm, Bernie. Die Taktik ist auch geil, oder? Jo. Ja, bist du eventuell tot? Nice. Könnt ihr euch um den kümmern? Bernie, müsste der... Schmeiß ihn in die Lava rein, so einfach ist es. Ja, äh... Björn, pass auf mich. Sub mit einer Nailgun. Da, D, da. D, da muss wegmachen, sagt er. Oh, schade, Rafa. Ich war gerade drauf. Ich war gerade drauf. Ich war gerade drauf. Das war so gut gespielt von dir noch. Schade. Ich hab leider bei Björn verkackt dann. Aber, hat wieder Spaß gemacht. Ich würde sagen, gewonnen hat... Ey, ich war die ganze Zeit auf der Suche nach Bernie, ey. Mit 51 Punkten, Rafa. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Haut rein und tschau. Ciao. Tschö, tschi.